Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Außergewöhnlich, wir wollten heute eigentlich noch nichts senden, aber es ist so viel passiert, es ist so viel geschehen. Im August haben wir Urlaub gehabt, haben Pause eingelegt, haben ja da, um euch weiter zu unterhalten, ein paar Camping-Teile reingebracht. Eigentlich wollten wir am Dienstag starten mit Neuem aus der Werkstatt und freut euch schon mal darauf und schaut euch das auf jeden Fall an, weil wir haben einiges verändert, Sendezeiten verändert, wir haben noch etwas Neues, was wir jetzt bringen, was wir schon ein paar Mal angeteasert haben, also freut euch drauf, schaltet am Dienst auf jeden Fall ein, aber jetzt kommen wir erstmal auf heute, auf den Freitag zurück. Es ist viel passiert, hier in Nordrhein-Westfalen hat es ja echt unglaublich gescheppert. Über 180 Menschen sind gestorben. Wir haben unseren Beitrag schon geleistet, indem wir mit der Firma und der Mannschaft raus sind und haben dort geholfen und haben die Menschen unterstützt. Und ich muss sagen, ich bin zutiefst gerührt darüber, wie viel Zusammenhalt, wie viel Liebe, wie die Menschen sich gegenseitig helfen, aber auch gerührt über diese unglaubliche Zerstörung, über Menschen, die weinen, über Menschen, die erzählen, wie es in der Nacht war, als die Fluten kamen, als sie den Hilfeschrei gehört haben von anderen Menschen. Und 180 Menschen tot, 180 Seelen sind aufgestiegen. Also, boah, ich will es jetzt nicht zu taglich machen, aber mich reißt es weg ohne Ende. Dann haben wir einen Aufruf gemacht bei Instagram und bei Facebook. Daraufhin ist auch wieder ganz viel passiert und dann hat sich Thomas gemeldet. Thomas Röser ist der Chef von der Firma Plan und Licht. Die hat hier unsere Beleuchtung gemacht, die wir vorgestellt haben, die echt mega geil ist. Dafür nochmal vielen Dank für den Einsatz. Und wir haben damals gesprochen und gesagt, Thomas, wir müssten doch was Außergewöhnliches machen, irgendwas Schönes mit den Autos, irgendwelche speziellen Lampen bauen, exklusiv, die es auch nur einmal gibt. Und dann haben wir gesagt, hier legt doch mal los. Und das ist schon Monate her und seitdem ist Thomas am Bauen und am Machen, am Gucken. Er ist echt ein absoluter Spezialist in Beleuchtung. Da kann ich einfach nur sagen, keine Ahnung, wie viel K und was weiß ich, was das alles da so mit dem Lampen, dass das hier runterkommt und nicht. So, und er hat was gebaut. Er hat was gebaut und was Exklusives gebaut und das hat er uns jetzt zur Verfügung gestellt und das wollen wir gerne versteigern. Für eine Familie, für Flutopfer, dem wir das geben können, schauen wir mal, wie wir es umgesetzt bekommen, wie wir denen das übergeben. Das wird auf jeden Fall, werden wir das begleiten, wer das bekommt, das Geld. Und darf ich euch vorstellen, der Prototyp, den Thomas gebaut hat, der ist, Thomas, Chapeau. Ein Ventildeckel, was war das von einem? W108. Von der Mercedes 108. Aus den 60er Jahren. Das ist gedacht als Thekenlampe, als in der Garage, wo die schönen Oldthermer stehen, wenn sowas hat, so exklusiv so eine Thekenbeleuchtung. Dafür ist es gedacht. Der Thomas hat sich da echt unglaublich viel Mühe gegeben. Ich stelle euch das an, die Lampe ist. So, und eigentlich ist jetzt dein Part, Thomas, erzähl mal. Ich habe jetzt hier, habe ich jetzt eine dynamische Lichtsteuerung reingemacht, dass derjenige auch die Lichtfarben verändern kann, genau wie du hier auch in deiner Werkstatt, dass du die Farbtemperatur auf Kaltweiß, auf Warmweiß stellen kannst. Alles über das Handy oder eben über einen Schalter, den man handelsüblich kaufen kann. Man kann die Leuchte dimmen, rauf und runter dimmen, wie man möchte. Wir haben eine ganz tolle Abdeckung darunter, dass wir auch einen Effekt haben. Ja, ich muss aber abdecken. Das ist alles original. Hast du sogar die Dichtung von dem Ventil? Original Ventildeckeldichtung ist da drin und vielleicht kann man es dann besser sehen und mal runter dimmen. Kann man einen tollen Effekt sehen von den Lichtringen durch die Optik, die drin verbaut ist. Da hat der, hast du auch nach übertriebener Weise, das ist nicht von uns. Die hat er bauen lassen. Das haben wir machen lassen und dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit auf der anderen Seite. Die sollte man richtig gut erkennen können. Die gibt es eigentlich gar nicht. Also ich habe die gerade auch das erste mal gesehen. Unglaublich geil. Hier oben ist auch noch die Zündfolge von dem Motor drauf. Ja, was gibt es doch zu sagen? Man kann es ganz normal einfach so an 220 Volt anklemmen. Also ich stelle mir das so vor, in der Werkstatt, also als Thekenbeleuchtung. Wenn die jetzt keiner kauft, dann will ich mich mal bemühen, gucken, wie es läuft. Es wäre großartig, wenn er das ersteigern würde. Wir möchten mindestens, mindestens 1000 Euro haben. Ja. Mindestens. Je mehr, desto besser. Es ist nicht für uns. Der Thomas schenkt uns die, hat uns das zur Verfügung gestellt und wir wollen für viel Geld wie möglich. Ich finde, das ist ein Megateil. Wirklich überlegt mal, wenn ihr irgendwie so eine Oldtimer-Garage habt, wo ihr das hinnehmen könnt. Oder auch wie in einer Kfz-Werkstatt. Ich meine, wie geil ist das. Ja, Jürgen und ich werden da exklusiv unterschreiben. Hier und dort noch. Das werden wir tun. Was wir noch tun werden, ist, ihr könnt das gerne hier bei uns abholen. Wir schicken euch das gerne zu. Ihr könnt aber auch mit hier hinkommen. Wir drehen bei YouTube was zu sammeln, wie wir das übergeben, das Teil. Und wie gesagt, je mehr Kohle, desto besser, weil die Menschen brauchen jetzt Geld. Die haben Klamotten, die haben ganz viel. Ich sage gleich auch noch mal zu einer anderen Aktion was. Aber die brauchen jetzt wirklich Geld. Und wenn wir eine Familie finden, die wirklich ganz, 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 ganz nötig haben, wenn die das Geld bekommen. Wir machen das so. Wir blenden hier eine E-Mail-Adresse ein. Schreibt in den Betreff rein, Versteigerung, Ventildeckel und mindestens 1.000 Euro. Und wer am meisten bietet, bekommt das Ding zum Schluss. Also ich denke, da wird was gehen. Und ich zähle auf euch. Und es ist nicht für uns. Und es ist für da draußen. Und Thomas, dafür vielen Dank. Das Ding ist mega. Haut rein. Und wir würden uns freuen, wenn wir dort mit dieser Aktion Menschen helfen könnten. Und dann gibt es noch eine andere Aktion, das ist auch unglaublich. Wir haben ja vor anderthalb Wochen bei Insta und bei Facebook eine Veröffentlichung gemacht. Es ging dort um Spende, dass ihr spendet für die Flutopfer. Daraufhin hat sich einer aus der Faboca-Gemeinde gemeldet und sagte, hey, ich möchte gerne helfen. Und zwar der Uwe Gerland. Der ist mit in der Faboca-Community. Und in Hackensted hat er seine Kfz-Werkstatt und sagt, wir wollen helfen. Also selbst oben im Norden und in der ganzen Republik, ja auch im Osten, überall, wollen die Leute helfen, dass sie es irgendwie leichter haben. Und was hat er gesagt? Es sind bestimmt Leute, die haben keine Autos mehr, die haben gar nichts mehr, die haben keine Wohnung mehr, die haben nichts mehr zu essen. Aber Autos. Autos können wir. Das heißt, ich stelle vier Autos zur Verfügung. Gebrauchte Fahrzeuge. Das hat er dort irgendwie in seinem Dorf erzählt. Daraufhin sagt eine andere Firma, okay, wow, das machst du. Okay, ich gebe 500 Euro dazu, wenn die Fahrzeuge repariert werden. Die GTÜ hat dann gesagt, wir machen die Hauptuntersuchung für die Fahrzeuge kostenlos. Also der Uwe repariert die, GTÜ macht die kostenlos die Hauptuntersuchung. Das ist eigentlich irgendwie fassbar. Ich bin total gerührt drüber. Die nächste Firma sagte, okay, wir tanken die Kisten voll, weil die auf dem Trailer hier hingebracht werden. Wir tanken die Kisten voll und ihr verteilt die in Heimatsheim. Der Robin, der ja dort wohnt, unser Mitwerkstandmeister, der jetzt auch schon seit zwei Wochen dort am Aufräumen ist, am Putzen ist, am Neuaufbauen ist, der kümmert sich drum. Er hat jetzt schon Menschen rausgesucht, die das gut gebrauchen können. Alleinerziehende Krankenschwester, die hat nichts mehr. So, und die bekommen dann von uns, von dem Uwe, ein Auto geschenkt. Dann rief der Uwe mich an, ich habe hier Bilder, könnt ihr schauen, das sind die Autos. Das ist ein Dacia, das ist ein Twingo, das ist, sagt er, schreibt er noch hin, die Aufkleber kommen davon ab. So, und dann sagt er zu mir, das erste Auto ist angekommen und geht morgen in meine Werkstatt. Also das ist er jetzt gerade am Reparieren. Dann sagt er, was brauchen die denn sonst noch? Da sage ich, ja, was kann ich dir nicht sagen. Ich meine, da ist jetzt ein ganzer Anhänger hingekommen mit Waschmaschinen und die waschen auf dem Anhänger die Klamotten. Ach, so der, Waschmaschinen. Ich weiß nicht, wie der das macht, keine Ahnung, auf jeden Fall schreibt er, wir haben jetzt schon zwei neue Waschmaschinen und zwei neue Kaffeemaschinen. Die Autos werden auch von Freunden und Kunden beladen. Das heißt, die packen jetzt dann noch Waschmaschinen rein, vielleicht vertrocknen, keine Ahnung. Werden auch Kühlschränke benötigt, habe ich gesagt, ja. Also unglaublich, unfassbar, was passiert. Wir werden das weiter begleiten auch, wenn die Autos hier runterkommen, werden wir den Menschen übergeben. Wir müssen einfach mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Deutschland, vielen, vielen Dank, dass das so unterstützt wird. Wir sind total gerührt, auch über die Aktion von Thomas und lassen wir gucken, dass wir da richtig Kohle reinbringen mit der Versteigerungsaktion. Und da helfen wir und da freuen sich Menschen. So, großer Einstieg, Freitag, großer Einstieg. Aber jetzt geht es weiter mit Neuem aus der Werkstatt. Schauen wir mal, was hier abgeht. Ich glaube, da vorne ist ein Auto, da hat der Adnan einen Ladeluftkühler, gibt es da ein Problem. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, und hier haben wir einen Dacia. Der war bei uns ganz normal zur Inspektion. Ganz normal wird alles überprüft, nachgeschaut. Der Zahnriemen soll neu gemacht werden. Und dabei fiel auf, weil wir reinfahren schon, dass der irgendwie Pfiff. Der hat einen Turbolader, der Wagen, und einen Ladeluftkühler. So, und der blies hier an der Stelle, kann man ja auch sehen, wo hier das Öl so rausgeschossen ist, blies die Luft raus. Ladeluftkühler, wofür ist der da? In dem Moment, die Luft, die im Turbolader verdichtet wird, ist ja relativ heiß. Ich meine, die geht durch den Turbolader. Da hat die schon richtig Temperatur. Luft, die viel Temperatur hat, hat ein großes Volumen. Dann sorgt man dafür, dass über den Ladeluftkühler, die Luft, die hier durchströmt, dass die Wärme wieder abgegeben wird. Das heißt, die Luft schrumpft wieder zusammen. Dann habe ich natürlich pro Liter Luft mehr Sauerstoff drin. Großes Volumen, kleines Volumen. Also mehr Sauerstoff. Haben wir auch schon mal erklärt, haben wir in der Flasche, die so zusammengezogen wird. Das wird dann in den Brennerraum reingeführt. Und Sauerstoff brauchen wir zur Verbrennung. Und dann haben wir richtig Bums. Dafür ist ein Ladeluftkühler da. Wenn der Ladeluftkühler keine Funktion mehr hat, hat der Wagen auch viel weniger Leistung. So, hier ist natürlich jetzt noch was rausgeblasen. Dadurch hat der sowieso weniger Leistung. Und der Ladeluftkühler sitzt hier vorne drin. Und der wird dann gekühlt durch die Luft, die hier durchgeht, durch den Fahrtwind, die hier durchgeht. Da das alles hier warm wird, nimmt eben der Fahrtwind die Wärme mit in die Atmosphäre. Dadurch wird es kühl. Also es geht heiß rein, kommt kühl raus. Das Problem ist nur, wenn hier nichts an Luft durchkommt, dann wird eben auch nichts kühlen. Und schaut euch das mal an. Also die Seite ist komplett zu. Das ist, weil der auch undicht ist. Und dann hat sich da über die Zeit immer mehr Dreck drauf gesammelt. Und hier kann man durchblasen, wie man will. Da sieht man ja gar keine Rippe mehr. So sieht das Ding richtig aus. Da kann man voll durchblasen. Wenn ich das jetzt hier mache, ich probiere es mal. Warte mal, hier ist es an einer sauren Stelle. Guck mal an. So ist jetzt wichtig bei der Inspektion. Kann man sowas sehen? Wenn der Kunde jetzt seinen Wagen zurückbekommt nach der Inspektion mit neuem Zahnräumen und neuen Ladelüftkleidern, denkt er hat ein neues Auto. Also das habe ich auch in der Form noch nie gesehen. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für den Kühler hier vorne. Wenn die Rippen oder von dem Kondensator, von der Klimaanlage, wenn die Rippen total versifft sind durch Einschläge von Mücken oder so, dann hat er auch weniger Leistung. Und der Wagen kann zu warm werden oder die Klimaanlage kann die Temperatur nicht mehr richtig abführen. Deswegen da immer mal wieder reinschauen und gucken, wie sieht denn das aus. Und dann einfach mit so einem Mückenspray, kann man hier auch sehen, da sind auch ein paar drin. Aber je nachdem, wo man langfährt, wenn man jetzt viel Autobahn fährt und man kommt mal so einen vollen Mückenschwarm rein, dann einfach so ein Mückenspray da rein und dann mit dem Gartenschlauch. Nicht, auf gar keinen Fall mit dem Darmstrahlgerät rein, weil diese Rippen sind so weich. Hier, wenn ich jetzt hier dran komme, guckt an, da. So mache ich jetzt mit meinem Fingernadeln, seht ihr. Wenn mit dem Darmstrahlgerät kommt, ist das alles platt. Ist das alles platt und dann kommt da auch keine Luft mehr durch. Dann habt ihr nichts gewonnen. Also Gartenschlauch, ganz wenig Druck drauf und mit Reiniger drauf. Das wäre jetzt hier in dem Fall, hätte man schon Kaltreiniger nehmen müssen, um das abzukriegen. Aber das Ding war ja sowieso undicht. So, dann schauen wir, wo es weitergeht. So, hier haben wir ein Vito. Der Kunde sagt, er hätte keine Leistung, der Wagen. Und zeitweise würde auch die Motorkontrolllampe angehen. Die ist jetzt nicht an, dass es da blinkt, ist Reifendruckkontrollsystem. Gut, ich würde sagen, dann lesen wir den erstmal aus und schauen mal, was wir ein Problem haben. Ich vermute mal, dass wir da irgendwas mit dem Turbolader haben werden. Keine Leistung bei den Autos. Der Wagen hat ja schon fast 200.000 Kilometer gelaufen. Da könnte es schon gut sein, dass wir da ein Problem mit dem Turbolader haben. Die gehen schon gerne mal kaputt, vor allem wenn man nicht regelmäßig Ölwechsel macht. Dann kann das schon öfters mal passieren. So. 1, 3, 1, 3. Idl. Idl. Zündung an. Fehlercode. Motor. und auslesen. Man muss immer der erste Schritt gucken, auslesen und dann hat man zumindest eine Vorgabe, in welche Richtung es läuft. Nicht erkannt? Warte, okay. Gemisch Bank 1, Gemisch zu mager, okay. Oh, da hat er gar keine Fehler-Codeion dabei. Ich habe den falschen Wagen genommen. Boah, das kann natürlich sein, dass er da reingeht. Okay, ich gehe nochmal an den Anfang Fahrzeugauswahl. Da gibt es noch einen anderen Biton. Fehler-Code. Es kann sein, dass ich jetzt falsche Motordiesel... Okay, schauen wir mal. Hat er dazu die Zumischung nicht? Wo ist das aus? Gemisch zu mager. Ladedruck zu niedrig. Aha, guck, da hat er jetzt die... Abgasrückführungsventil, okay. Abgasrückführungsventil, gut. Die haben die irgendwie alle drin. Gemisch zu mager. Turbolader, Ladedruck zu niedrig. Okay. Motorleistung fehlt, mögliche Auswirkungen. Setzt von Folge-Feder-Code. Federlampe leuchtet. Gut, dann als erstes schauen wir dann bei dem Wagen, ob wir irgendein Problem haben im Ladedrucksystem. Das heißt, der Turbolader wird ja vom Abgasstrang angetrieben. Macht je nachdem, was es für ein Modell ist. 100, 150.000, 180.000 Umdrehungen. Die kleinen Dinge, die geben richtig Vollgas. Und drückt dann mit Druck, wie hier drüben mit dem, hier ist ja auch ein Turbo, durch den Ladeluftkühler dann die gekühlte Luft in den Brennraum rein. Dementsprechend wird dann, weil das Ventil ja nur eine gewisse Zeit lang auf ist, dann kriegen wir schneller in der gleichen Öffnungszeit mehr Druck, mehr Luft in den Brennraum rein. Und dann wird einfach dazu mehr Kraftstoff eingespritzt und dann hat das richtig Bums. So, wenn wir jetzt auf dem Weg dorthin irgendwo einen Riss im Schlauch haben oder so, kommt da natürlich nichts an. Dann, das würde auch diese Fehlerkodierung dort rechtfertigen. Ich bin jetzt gleich wieder am Denken und am Sprechen, da fällt mir manchmal etwas schwer. Wir messen jetzt hier einfach, ich mache den Anschluss los und dann geben wir in das ganze System mal einen Nebel rein. Und hier ist im Prinzip der Luftfilter, hier wird die Luft angesaugt, geht dann von hier aus zu dem Turbolader, der da unten sitzt. Und von dem Turbolader aus, geht die Luft dann zum Ladeluftkühler und dann hier hintenrum wieder in den Brennraum rein. Was man noch schauen kann, ist, was auch mal gerne kaputt geht, ist, wenn der hier festhängt. Hier an dieser Stelle, da ist die Waste-Gate-Verstellung. Da kann man sehen, ob das gangbar ist, ob das ausgeschlagen ist, da ist nichts. Es kann auch sein, dass sich das da an der Stelle festsetzt. Dann hat man natürlich auch einen zu geringen oder zu hohen Ladedruck, weil das Waste-Gate nicht mehr aufgeht. Und da kann man noch schauen, ob hier der Unterdruckschlauch nicht von einem Marder irgendwie angefressen ist. Das ist hier die Steuerung, hier an dieser Stelle, ist die Steuerung von der Druckdose. Einfach mal schauen, weil immer gerne so Marder in so einem Auto sind, ob dann da irgendwas an dem Schlauch kaputt gefressen ist. Da ist aber alles cool. Gut, dann gehe ich eben die Nebelmaschine holen und dann klemmen wir die da an der Stelle mal an und schauen, ob wir irgendwo eine Unnichtigkeit haben. Da müssen wir jetzt erstmal hier oben den Anschluss dicht machen und da den Nebel reinzubringen. Dann haben wir hier so ein wunderbares Teil, das ist echt ein Mega. Das können wir jetzt hier reinsetzen, dann kann ich den aufpumpen. Damit habe ich das ganze System wirklich auch dicht. Und dann können wir Luft dran an unsere Nebelmaschine. Ich bin gespannt. Es könnte natürlich auch noch der Turbolader kaputt sein. Da können noch viele andere Sachen sein. Ich glaube nicht, dass es was vom Ladedrucksensor oder sowas ist. Das hätte eigentlich angezeigt. Also so, wie das jetzt so wirkt, vermute ich, dass da irgendwo was undicht ist, obwohl ein Schlauch geplatzt ist oder was weiß ich, was aufgerissen ist. Jetzt drücken wir den Nebel hier in unser System rein. Der darf im Prinzip nirgendwo rauskommen, außer hinten irgendwann ein Auspuff. Ja, erst noch mal eine Zeit lang laufen jetzt, bis wir das wirklich... Hier vorne ist ja der Ladeluftkühler. Naja, nix. Das ist ja noch mal der Kühler. Moment, zwei Knau noch! Sogar der Kondensator und der Ladeluftkühler sitzt dann hier unten nochmal davor, da sind zerkloppte Dinge da. Der kann natürlich auch nichts mehr. Guckt euch das an, wie der jetzt das Schlagen ist. Das ist ja das, was ich gerade noch gesagt habe. Der macht auch nicht mehr richtig kühl. Da hat der Wagen auf jeden Fall auch... Guckt euch, dass das dann wieder aussieht. Ja, der hat sowieso Leistungsverlust. Das ist deswegen. Also das ist... Ansonsten... Ist das alles nicht so, wie das scheint. Ja, stopp. Hier kommt was. Hier kommt was. Da. Jetzt, jetzt. Da, da. Da kommt was. Okay, da kann man jetzt so nichts sehen. Ich hole mal eben das Endoskop und dann schauen wir uns das mit dem Endoskop an. Okay, wow, jetzt strömt der natürlich richtig heftig raus. Boah. Okay. Das ist auf jeden Fall Ansaugbrücke. Aber wo an der Ansaugbrücke? Da, da kann man es sehen. Da strömt es raus aus dieser Stelle. Und etwas weiter hinten an der Ansaugbrücke. Da kommt es raus. Da fehlt eine Schraube, die ist abgerissen. Das haben wir schon öfters bei den Motoren gehabt. Man kann sehen, da hinten strömt es raus, das ist von der Ansaugbrücke. Und hier ist die Ansaugbrücke eigentlich mit einer Schraube befestigt. Und da strömt das, strömt der Nebel raus. Jetzt habe ich es wieder verloren. Da ist es. Ja, okay, gut. Das ist ganz, 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 ganz große Scheiße. Weil dafür muss die Ansaugbrücke runter. Ansaugbrücke runter. Ich schätze ich bei dem Wagen sieben bis acht Stunden. Das ist alles raus, muss alles auseinander gebaut werden. Also, boah. Sieben Stunden gibt es dafür. Joschi weiß sogar, das gibt es sieben Stunden für. Ähm, ja. Wir müssen jetzt mit dem Kunden absprechen. Typische Stelle. Ganz viele von den Motoren haben das. Durch Schwingungen reißt das an dieser Stelle ab. Da ist einfach der Ladedruck von dem Arbeiten. Ja, aber normalerweise müsste man die Schraube benutzen, die das hält. Eigentlich ja. Ja, genau. Genau. Und deswegen reißt die Schraube da ab. Gut. Okay. Gut diagnostiziert. Das ist alles klar. Gute Lieben. Dann nochmal als Aufruf. Bietet. Schickt eine Mail dorthin. Und wer das meiste bietet. Der bekommt das Ding. Kann hier zu uns kommen. Wir machen ein YouTube Video draus. Wir haben ein kleines Treffen. Unterhalten uns ein bisschen. Ich freue mich, dass das Ding richtig teuer. Mindestens 1000 Euro richtig teuer verkauft wird. Und dass wir Menschen helfen können. In dem Sinne. Lasst euch gut gehen. Ich freue mich auf eure Gebote. Und ich freue mich vor allem auf das nächste Video. Bis dann. Tschüss.